So, schönen guten Morgen. Wir machen weiter, wo wir letzte Woche Donnerstag aufgehört haben. Und zwar hatten wir uns die Ionisierungsenergie angeschaut. Und ja, bei diesem Diagramm hier waren wir stehen geblieben. Also Ionisierungsenergie, ja, was müssen Sie hier wissen? Sie müssen wissen erstmal, was das ist. Und zwar, es gibt unterschiedliche Ionisierungsenergien, aber ganz allgemein, wenn Sie nämlich ein Teilchen A, also ein neutrales Teilchen, zu einem A-Plus oxidieren, also wenn Sie hier oder de-elektronieren, gibt es ja auch einige Professoren, die das in Zwischenzeit so sagen, also Sie entnehmen dem Teilchen ein Elektron und dann entsteht ein A-Plus-Teilchen. Damit einher geht nämlich eine Energie, ja, also diese Energie, die ist immer, zumindest für alle Elemente, wie Sie hier sehen, ist das positiv. Also das Diagramm, was Sie hier sehen, das ist im Endeffekt, also auf der X-Achse, sehen Sie aufgetragen jedes einzelne Element, also hier über Wasserstoff, Helium, Lithium, Beryllium, Bohr, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Fluor und dann wieder Neon, ja, und so weiter. Also Sie sehen hier schlussendlich von links nach rechts auf der X-Achse die einzelnen Elemente und auf der Y-Achse sehen Sie eine Energie, hier aufgetragen in Elektronenvolt. Was Sie hier wissen sollten, dass diese Energie hier stets positiv ist, also selbst für Metalle, die sehr leicht ein Elektron abgeben, wie zum Beispiel, haben wir in der letzten Stunde gesehen, Lithium, Natrium und Kalium, das ist spontan abgelaufen, die haben freiwillig in Verbindung mit Wasser, haben diese Elemente freiwillig ein Elektron abgegeben, sind also oxidiert, aber dennoch, auch diese Metallionen haben eine positive Energie, also sprich, es muss erstmal Energie zugeführt werden, damit dieser Prozess stattfinden kann. Und wenn Sie dann genau hier aufpassen, wo Sie dann die Elemente hier finden, also während die Edelgase hier aufgezeichnet sind, sind die Elemente, die wir da letzte Woche uns im Experiment angeschaut haben, Lithium, Natrium und Kalium, die sind ja nicht gezeichnet, sondern da müssen Sie wissen, wo die sind, und zwar ist das hier Lithium, das ist der Punkt hier unten, das Minimum, dann haben wir hier in der nächsten Periode Natrium, das ist hier unten, und dann hier haben wir Kalium. Und letzte Woche hat jemand von Ihnen gefragt, wieso denn eigentlich das Kalium deutlich schneller und deutlich heftiger reagiert hat als das Natrium und auch als das Lithium, wieso es da diese Reaktionsabfolge gab, da war ich mir selber ein bisschen unsicher, ich hatte das ein bisschen verwechselt mit der elektrochemischen Spannungsreihe, wo nämlich Lithium das niedrigste Potenzial ist, das werden wir uns in ein paar Wochen anschauen, aber auf jeden Fall, das, was ich Ihnen geschuldet habe, war die Erklärung und vielleicht haben Sie das auch in Zwischenzeit nachgeschlagen, man erklärt es so und es klingt schon auch plausibel, dass es schlussendlich mit dem größeren Radius und schlussendlich mit den deutlich mehr Elektronen zu tun hat. Ja, also wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben jetzt halt hier so ein Kaliumatom und dieses Kaliumatom hat die Ordnungszahl 19, also sprich wir haben 19 Protonen im Kalium und folglich haben wir auch 19 Elektronen und wenn Sie jetzt von diesen 19 Elektronen nur ein einziges entfernen, bedarf es offenbar eine deutlich geringere Energie im Vergleich zu Natrium und auch Lithium. Ja, also das macht quasi dem, ja, den Braten nicht mehr fetters, wenn man so will, also schlussendlich, oder es ist eine deutlich geringere Energie nötig, um dem zu entnehmen und das sehen Sie auch gewissermaßen hier in dieser Abbildung, wenn Sie jetzt hier vergleichen zwischen Lithium, Natrium und Kalium, es ist zwar nicht viel, aber es ist geringfügig ein bisschen niedriger. Also, und diese Differenz, die Sie hier sehen eigentlich, also während, also Lithium ist etwas über 5, Natrium sieht so aus, als wäre es genau auf 5 und Kalium ist etwas unter 5 und diese geringe Differenz führt offenbar dazu, zu dieser Reaktivitätsänderung, die Sie gesehen haben. Zumindest ist es die Erklärung, die ich in Büchern gefunden habe, wie man das erklärt. Eine weitere Sache, die mir persönlich aufgefallen ist, die ich jetzt aber nicht als Erklärung dafür gesehen habe, sind, wenn Sie die Schmelzpunkte und die Siedepunkte der Metalle vergleichen. Also Lithium, Natrium und Kalium, diese drei Metalle, die können nämlich auch schmelzen, ab einer gewissen Temperatur können Sie ja gerne nachschlagen, bei Wikipedia finden Sie diese Werte und sie schmelzen nicht nur, sondern sie verdampfen auch. Und wenn Sie diese drei, ja, sowohl die Schmelzpunkte als auch die Dampfpunkte halt eben mal anschauen, also bei welcher Temperatur Sie tatsächlich gasförmig vorliegen, dann stellen Sie fest, dass es nämlich mit Kalium einen deutlich niedrigeren Schmelzpunkt hat im Vergleich zu Natrium und Lithium. Und da würde ich auch sagen, wenn man sich den Versuch von letzter Woche mal überlegt, was da passiert ist, dass da nämlich schlussendlich eine exotherme Reaktion erfolgt, wo dann auch eine Gasentwicklung ist, dann kann es halt schon sein, dass das Kalium möglicherweise vielleicht schon partiell sogar teilweise gasförmig vorliegt. Also das wäre eine weitere Erklärung, die mir persönlich eingefallen ist, wie man das erklären könnte, aber die offizielle Lesart ist wie gesagt, dass es hier, ja, diese Ionisierung, mit dieser Ionisierungsenergie zusammenhängt. Worauf ich Sie allerdings eigentlich auch sensibilisieren will, es ist in der Chemie ganz, ganz selten, also so gut wie fast nie der Fall, dass man basierend auf solchen Experimenten, übrigens das sind keine berechneten, sondern es sind experimentelle Werte, die Sie hier sehen, es gibt, wir können jetzt nicht darauf eingehen, wie man das bestimmt, aber schlussendlich sind es irgendwelche physikochemischen Methoden, mit denen man diese Werte hier bestimmen kann. Und es ist in der Chemie selten so, dass man jetzt basierend auf irgendwelchen Experimenten, die man macht, oder irgendwelchen Daten, die man erhebt, Schlussfolgerungen auf andere Experimente schließen kann. Man hat häufig irgendwelche kinetische Hemmungen, werden wir noch anschauen, bei Sauerstoff zum Beispiel, oder irgendwelche anderen Effekte, die ziemlich schwer vorherzusagen sind. Und schlussendlich muss man das Experiment immer wieder oder wiederholen, um sich das anzuschauen, wie ist das jetzt. Also damit meine ich konkret Lithium, Natrium und Kalium in Wasser. Ich bin nicht sicher, ob da irgendjemand tatsächlich vor, wenn er sich nur das Periodensystem angeschaut hätte, ob er da richtig die Vorhersage machen könnte. Also ich bin der Meinung, man muss es tatsächlich immer wieder im Experiment bestätigen eigentlich. Okay, weitere Trends, die wir hier entnehmen können. Sie sehen, innerhalb einer Periode haben wir eine steigende Ionisierungsenergie. Also wir haben ja hier von Helium zu Neon. Also sie fällt dann erstmal für die Alkalimetalle, aber haben wir dann hier diesen Trend. und innerhalb einer Gruppe, wenn Sie sich innerhalb einer Gruppe anschauen, dann fällt das Ganze hier. Also genau, also wenn Sie schlussendlich hier, also wir hatten ja hier bereits die Edelgase oder hier dann unten die Alkalimetalle oder auch wenn Sie hier die Erdalkalimetalle, das wäre dann in dem Fall hier Beryllium, dann hier Bohr und dann hier Aluminium. Ja, also schlussendlich sehen Sie auch hier einen fallenden Trend, wenn Sie innerhalb einer Gruppe sich das Ganze anschauen. So ist das Ganze zu lesen. Dann weiterhin vermerkt, es gibt natürlich auch mehrfache oder zweite und dritte Ionisierungsenergie, also wenn Sie entsprechend A2 plus oder A3 plus generieren. Damit wollen wir uns jetzt aber nicht weiter beschäftigen, würde zu weit führen. Das sind tatsächlich irgendwie physikochemische Eigenschaften, die man da weiterhin genau untersuchen könnte. Wieso gibt es hier manchmal solche lokale Minimas? Die sehen Sie hier, das hat damit zu tun, wenn Sie die Elektronenkonfiguration da mal aufschreiben, werden Sie feststellen, es gibt manchmal halb besetzte Orbitale und diese halb besetzten Orbitale können Sie ja mal zur Übung mal machen, wenn Sie zum Beispiel hier für Lithium, Beryllium, für Bohr, wenn Sie für Bohr mal die Elektronenkonfiguration von Bohr plus mal aufschreiben, dann werden Sie feststellen, dass es tatsächlich da gewisse Symmetrien gibt und diese Symmetrien, die führen halt hier zu so lokalen Minima. Okay, schauen wir uns jetzt eine weitere wichtige Kenngröße an, und zwar die Elektronenaffinität. Was versteht man unter Elektronenaffinität? Das ist der Prozess, wenn jetzt nicht ein Elektron entzogen wird, sondern wenn aus einem neutralen Teilchen, aus einem neutralen Atom, ein Elektron zugeführt wird. Oder auch, wir werden sehen, das nennt man eine Reduktion oder eine Elektronenaufnahme. Und wenn dann entsprechend die Elektronenaufnahme zu einem Anion hier erfolgt, also ein negativ geladenes Teilchen. Was haben wir jetzt hier für Gesetzmäßigkeiten oder wie ist da der experimentelle Befund? Also allgemein charakteristisch ist jetzt erstmal, dass wir nicht nur positive Werte haben, sondern wir haben sowohl positive Werte als auch negative Werte, das ist das eine. Sprich, wir haben also offenbar gewisse Elemente, die geben Energie frei. Also wir haben exotherme Prozesse, wenn sie an Elektronen anlagern, und wir haben gewisse Elemente, die brauchen Energie, um entsprechend Elektronen aufzunehmen. Das Diagramm ist natürlich wieder gleich zu lesen. Wir haben hier auf der x-Achse die Elemente, also hier Wasserstoff, Helium und so weiter, also in steigender Ordnungszahl, also Kernladungszahl, und hier die entsprechende Energie. Wobei, wie gesagt, hier zu vermerken ist, wir haben hier sowohl einen negativen Bereich als auch einen positiven Bereich. Ja, die Trends sind nicht ganz so eindeutig oder beziehungsweise nicht ganz so monoton wie die jetzt hier. Also hier sieht man, bei der Ionisierungsenergie sah das ja irgendwie ein bisschen hübscher aus. Hier haben wir offenbar andere Gesetzmäßigkeiten oder andere Effekte. Das, was man allerdings hier sieht, Sie sehen hier, diese Minima hier, was wir hier in der ersten Periode, zweite Periode, dritte Periode haben, wir haben hier ein Minimum, hier ein Minimum und hier ein Minimum. Und wenn Sie das mal durchzählen, werden Sie feststellen, das sind die sogenannten Halogene. Ja, also wir haben in diesem Minimum hier Fluor, Chlor und Brom. Genau. Ja, ich denke, arg viel mehr gibt es jetzt dazu nicht unbedingt zu sagen, aber das können Sie eigentlich auch mal anschauen und sich das mal genau einfach mal überlegen, oder dass Sie da ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, welche Energie ist denn notwendig oder wird freigesetzt, um ein Atom einfach zu reduzieren. Okay, wenn man das jetzt übereinander legt, wir haben ja schlussendlich die gleiche Achse, sowohl bei der, die gleiche X-Achse, ja, die X-Achse ist jetzt hier identisch, sowohl für die Ionisierungsenergie als auch für die Elektronenaffinität, dann stellt man fest, dass für gewisse Elemente, also hier für Helium, Neon, Argon und Krypton, dass da hier jeweils Maxima übereinander liegen. Ja, und dass da Maxima übereinander liegen, das führt zu einer Beobachtung und schlussendlich zu einem Phänomen, was Sie dann wahrscheinlich auch kennen. Das ist die sogenannte Edelgaskonfiguration. Und wenn Sie sich jetzt hier anschauen, was haben nämlich diese Elemente alle hier gemeinsam? Das ist die sogenannte Edelgaskonfiguration. Die Edelgaskonfiguration, also wir haben immer Rumpfelektronen, da haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, was das ist, aber vor allem haben wir die Elektronenkonfiguration allgemein S2P6, also in irgendeiner Hauptquantenzahl, also größer als 1 hier in dem Fall, das wäre 2, 3, 4 und so weiter. Und wenn wir diese Elektronenkonfiguration S2P6 haben, dann ist es offenbar, und das sind wie gesagt hier experimentelle Daten, die ich Ihnen hier zeige, dann ist es offenbar eine sehr stabile Konfiguration. Und das geht sowohl aus den Ionisierungsenergien als auch aufgrund der Elektronenaffinitäten hervor. Also das ist offenbar eine Konfiguration, die sehr stabil ist. Genau, den Rest haben wir eigentlich schon erklärt. Das hatten wir alles schon. Okay, so und was folgt jetzt daraus? Jetzt folgt eine Größe, die ja häufig auch manchmal für Verwirrung sorgt, weil die auch nicht so ganz klar definiert ist, beziehungsweise es gibt mehrere Definitionen und das wird oftmals ein bisschen qualitativ nur behandelt, hat aber für die Praxis eine sehr, sehr wichtige Bedeutung. Werden wir sowohl in den Übungen als auch in den Folgenstunden noch sehen. Wovon ist die Rede? Ich rede von der Elektronegativität. Und zwar die Elektronegativität schlussendlich basiert die auf den Werten, die wir über die Ionisierungsenergie und auch die Elektronenaffinität gesehen haben, wurde von Linus Pauling geprägt. Dem ist dieser Zusammenhang aufgefallen und er hat da entsprechend diese Sachen erstmals formuliert. Übrigens Linus Pauling, falls er sich ein bisschen für Geschichte interessieren würde, also das ist ja jemand, der zwei Nobelpreise gewonnen hat und nicht nur für die, letztes Jahr hat ja mit Scharples auch jemand zwei Nobelpreise gekriegt, 2001 und 2023, aber beide für Chemie. Das ist sicherlich natürlich auch eine sehr große Leistung, aber wenn Sie sich mal die Biografie von Linus Pauling anschauen wollen, der hat sowohl einen Nobelpreis für Chemie als auch für Frieden bekommen, Friedensnobelpreis bekommen. Also eine sehr, sehr spannende Biografie, auf die wir jetzt nicht im Detail natürlich näher eingehen können, aber sicherlich eine sehr spannende Sache eigentlich, wenn man sich mal wirklich den Lebenslauf und die Biografie von diesen Menschen mal anschaut. Ja, dem ist ja, so wie jetzt hier im Text, ich will das jetzt nicht alles vorlesen, das können Sie selber machen, aber auf jeden Fall, dass jetzt hier schlussendlich die Anziehung, also die Valenzelektronen, die spielen eine sehr wichtige Rolle für diese Elektronenanfinität, während die Rumpfelektronen praktisch eine untergeordnete Rolle spielen. Und schlussendlich konnte er dann diese Elektronegativität halt eben dann, dem ist es halt aufgefallen, dass es eine sehr wichtige Kenngröße ist und hat da versucht, diese Sache zu definieren. Jetzt ist es so, es gibt halt mehrere Definitionen und es gibt auch mehrere Möglichkeiten, wie man diese Elektronegativität experimentell zugänglich machen kann. Und das führt auch häufig ein bisschen insofern zur Verwirrung, weil es manchmal nicht ganz so eindeutig ist, ja, was soll das Ganze überhaupt? Hat aber in der Praxis, wie gesagt, eine sehr elementare Bedeutung, also als Naturwissenschaftler diskutiert man ständig mit Elektronegativitäten. Also das ist für den Alltag, wenn man so im Chemielabor irgendwie so arbeitet, dann hat es tatsächlich für die tägliche Diskussion, ist es ein Wert, der ist ständig präsent, ja, im Vergleich zu vielen anderen Sachen, die wir Ihnen vielleicht hier erzählen. Also die Elektronegativität ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, und alltäglich präsent. Jetzt zwei dieser Definitionen wollen wir Ihnen mal zeigen. Einmal diese Ellen, ja, auch ein Physikochemiker, der das hier aufgestellt hat. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das eigentlich, werden Sie diese Formel nicht wirklich brauchen. Es schadet zwar nicht, dass Sie sie mal gesehen haben, aber im Alltag beschäftigt man sich das doch eher qualitativ. Wir werden nämlich in der nachfolgenden Folie sehen, wie man eigentlich tatsächlich diese Elektronegativität einsetzt. Oder aber auch nach Mulliken, der hat jetzt hier diese Elektronegativität Chi, die hat er definiert als Ionisierungsenergie plus Elektronenaffinität geteilt durch 2. Aber eigentlich, das eigentlich Wichtige, was man hier wissen muss, ist schlussendlich dieses Diagramm hier. Und dieses Diagramm zeigt jetzt, dieses dreidimensionale Diagramm, das zeigt jetzt hier auf der x-Achse, hier entlang sind die entsprechenden Gruppen. Also wir haben hier im Periodensystem die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, beziehungsweise die 3D-Elemente sind eigentlich gekappt. Also das wäre die 1, 2 und dann wären wir hier schon bei der 13., 14. und so weiter. Und wenn Sie mal hier durchzählen, dann sehen wir hier bei den Edelgasen, die nehmen wir jetzt mal außen vor. Das ist ein Sonderfall. Also die Edelgasse in der Praxis spielt die Elektronegativität keine Rolle, hat zwar eine sehr hohe, aber die, das ignorieren wir jetzt mal, die Edelgasse, also die ganz rechte Spalte hier. Und wenn wir uns mal hier anschauen, was hier Sache ist, dann stellen Sie fest, hier mit Flur hat einfach die höchste Elektronegativität. Ja, also sehen Sie hier die entsprechende Y-Achse hier, das ist die, also nach der Höhe, das ist die Elektronegativität. Und das ist eigentlich das, was man schlussendlich wissen muss, dass Flur die höchste hat. Und dann, wenn man dann nach links geht, sinkt die Elektronegativität ab. Und wenn entsprechend in höheren Perioden da, sinkt sie auch. Ja, das ist das, was man wissen muss. Und folglich kann man dann basierend auf diesen eher qualitativen, ja, auf dieses Diagramm, was man grundsätzlich immer im Kopf haben sollte, dass Flur halt die höchste Elektronegativität hat, kann man dann schlussendlich sehr viele Reaktivitäten vorhersagen oder beziehungsweise auch sehr viele Polaritäten in Bindungen vorhersagen und so. Manchmal wird es etwas kompliziert, wenn man natürlich so Schrägverbindungen hat. Also ich habe ja gesagt, wenn man immer höhere Perioden aufbaut, dann wird die Elektronegativität immer geringer. Und wenn man von Flur, also von den Halogenen, weiter nach links geht, dann fällt auch die Elektronegativität. Was Sie sich allerdings auch merken sollten, sind gewisse Schrägbeziehungen, und zwar, wie sieht es aus, wenn Sie jetzt hier einmal Sauerstoff mit Chlor vergleichen, ja. Also wenn Sie das nämlich nur so merken, dass einfach nur Flur ist das Höchste und dann sowohl nach links als auch nach unten nimmt es ab. Wie verhält sich das dann? Ja, also in dem Fall ist es, wie Sie hier sehen, also Sauerstoff hat die deutlich höhere Elektronegativität. Sprich, wenn wir jetzt irgendwie so ein Teilchen haben, werden wir nachher sogar, glaube ich, zum Teil generieren, wie zum Beispiel, aber das, ja, machen wir das später eigentlich, weil momentan führen wir das nur ein, also sowas wie Hypochlorid, das ist eine Verbindung, wo ein Sauerstoff und ein Chloratom miteinander verbunden sind, dann muss man dem Sauerstoff schlussendlich die Elektronen zurechnen, ja, wie Sie hier sehen eigentlich. Also teilweise sogar zwischen Stickstoff und Chlor, Stickstoff hat sogar auch eine höhere Elektronegativität im Vergleich zu Chlor. Okay, dann weitere Aspekte, die hier zu wichtig sind, also wir haben hier die Metalle, wie die Sie hier rot eingezeichnet sehen, Sie können ja im Periodensystem selber mal anschauen, welche Metalle das sind, also wir haben ja die Alkalimetalle, Erdalkalimetalle und dann haben wir hier die Bohrgruppe und neben der Bohrgruppe haben wir noch die Kohlenstoffgruppe, das wäre dann in dem Fall hier Blei, wenn ich mich nicht vertue, ich glaube, das ist Blei hier, dieser Balken da, der hier, dann sehen wir, die haben eine Elektronegativität unterhalb von 1,9, Halbmetalle, ja, die sehen Sie hier eingezeichnet in gelb, die haben ungefähr eine Elektronegativität von 2,1 und die ganzen Nichtmetalle, die haben eine höhere Elektronegativität, nämlich alles 2,1 und höher. Ja, mit Flur ungefähr 4. Okay, damit sind wir jetzt für die letzte Stunde auch schon durch und jetzt machen wir jetzt weiter mit Bindungsmodellen. Also, wir haben jetzt uns das Periodensystem angeschaut und schlussendlich ein bisschen angefangen zu sortieren und zu ordnen, was sind denn überhaupt Atome und wie kommt Materie zustande und wie funktioniert das alles und haben uns basierend auf der Schrödinger Gleichung auch angeschaut, wie, ja, welche Energieniveaus schlussendlich Atome haben, haben uns vor allem gesehen, dass da keine Kontinuum herrscht, kein Energiekontinuum, sondern dass wir da nur diskrete Energieniveaus haben und jetzt ist es ja so, wenn wir nur Elemente hätten, wäre es ja eigentlich ziemlich langweilig, ja, also wir könnten schlussendlich die Umwelt und auch unser ganzes Universum und uns selber, das wäre eigentlich nicht vorstellbar, wenn wir nur Elemente hätten, sondern diese Elemente müssen in irgendeiner Form miteinander interagieren und die Art und Weise, wie Elemente miteinander interagieren, das bezeichnet man allgemein als chemische Bindung, ja, also die können Bindungen eingehen, Bindungen können dann wieder brechen und schlussendlich ist eigentlich, jegliche Chemie hat immer was mit Atomen, mit der dreidimensionalen Anordnung von Atomen zu tun und deren Anlagerung und deren Umordnung, ja, also das bedeutet im Endeffekt Chemie, also man macht da eigentlich nichts anderes groß, ja, dass man ständig eigentlich Atome neu anordnet und folglich, wenn man die neu anordnet, dann müssen irgendwelche Bindungen geknüpft und auch Bindungen gebrochen werden und ja, diese Bindungen, die unterteilt man in gewissen, in gewissen Klassen, das werden wir uns jetzt anschauen, darum geht es heute, was ich Ihnen allerdings mitgeben will, das sind alles, also einerseits beruht es auf Experimenten, das, was man jetzt alles ja, sich aufbaut und die Theorie, die man darauf aufgebaut hat oder die Theorie, die man da auch entwickelt hat, die Modelle, die man da entwickelt hat, aber das geht natürlich auch immer einher mit Experimenten und zwar mit phänomenologischen Eigenschaften, ja, also werden wir jetzt, ja, denke ich noch, zu sprechen kommen. Also, und was versteht man unter einer chemischen Bindung, wie bereits erklärt, sind, also, dass man größere Verbände, wie zum Beispiel Moleküle oder auch Komplexe, werden wir vor allem im Praktikum zu sprechen kommen, was sind überhaupt Koordinationsverbindungen oder Komplexe, über Moleküle haben wir schon gesprochen, dann metallische Bindungen werden wir uns auch noch anschauen und salzartige Festkörperbindungen, die werden wir Ihnen heute im Experiment heute noch zeigen. Wir werden nämlich jetzt gleich Natriumchlorid und auch Magnesiumoxid aus den Elementen herstellen und uns dann auch anschauen, welche Folge das Ganze für, ja, welche phänomenologische Eigenschaften so etwas mit sich bringt. Dann wichtig ist natürlich auch zu wissen, in der Chemie, wie ich bereits erklärt habe, man knüpft ja nicht nur Bindungen, sondern das Ganze ist eigentlich so ein ständiger Wechsel, also gerade das Leben ist eigentlich chemisch gesehen eher ein Fließdiagramm und das bedeutet also, dass immer wieder Bindungen nicht nur neu geknüpft, sondern auch gebrochen werden müssen. Ja, das passiert ständig, das ist der ständige Kreislauf, es werden Bindungen immer wieder gebunden und wieder gebrochen, ja. Und wie funktioniert so etwas, also dass so etwas gebrochen wird, das kann zum Beispiel mit elektromagnetischer Strahlung kann das gebrochen werden, das braucht in der Regel aber Energiezufuhr, in irgendeiner Form muss man da aktiv handeln, ja. Und ja, dieses Meme, das habe ich letztens auf Twitter mal gesehen, das fand ich eigentlich ganz passend, weil schlussendlich, ja, also Chemists, natürlich Chemiker sind, nicht nur Chemiker, sondern alle Menschen, das sind im Endeffekt nur viele Atome, die über Atome reden, ja. Also, genau, ist halt einfach so. So, jetzt schauen wir uns ein paar Bindungen an, also warum die chemische Bindung wichtig ist, ich glaube, das habe ich schon erklärt, das können wir überspringen. So, also was gibt es jetzt für Bindungen, wie kann man die einordnen, ja. Wir haben einmal eine sogenannte kovalente oder homopolare Bindung, Beispiele werden wir uns noch anschauen, das hat man aber überwiegend dann, wenn wir ähnliche, eine Bindung haben zwischen Partnern, ähnliche Elektronegativität, werden wir uns noch anschauen, ja, Elektronegativität bereits eingeführt, jetzt geht es hier Schlag auf Schlag schon weiter, hier brauchen Sie das bereits, um das verstehen zu können. Dann haben wir so ionische oder heteropolare Bindungen, werden wir uns auch noch anschauen, was das Ganze ist, und dann haben wir so metallische Bindungen, ja, also das metallische Bindungen, so was wie zum Beispiel elektrische Leitfähigkeit und all die Eigenschaften, die damit einhergehen. Weitere Bindungen, wir haben die Elektronenpaar- Donator-Akzeptor-Bindung, da werden wir vor allem in den Komplexen, spielt sie eine wichtige Rolle, also beispielsweise in der Photosynthese, im Chlorophyll-Komplex oder auch im Hämoglobin, im Blut, da spielt es auch eine wichtige Rolle, aber wir werden da vor allem auch im Praktikum, werden Sie mit EDTA und weiteren Komplex-Chelat-Bildnern, werden Sie damit zu tun haben, und da werden wir uns das etwas näher anschauen, was es damit hat. Dativ bedeutet hier in dem Fall, dass es eine Elektronenpaar- Donor- und Elektronenpaar-Akzeptor-Bindung ist, kommt aber alles noch. Und dann haben wir die Wasserstoff-Brücken-Bindung, auf die werden wir auch noch zukünftig sehr detailliert eingehen. So, wie kann man sich das Ganze jetzt vorstellen? Wir haben jetzt, ja, so die Atombindung oder auch kovalente Bindung, da kann man sich das Ganze so vorstellen, dass keine oder nur eine kleine Elektronegativitätsdifferenz, wie ich gesagt habe, vorherrscht und dass wir also zwischen den zwei Atomkernen, die sind hier als schwarze Punkte dargestellt, dass wir hier so eine Art Wolke haben und diese kovalente Bindung, also die ist, der ist gemeinsam, dass jetzt die Elektronen hier, ja, dass sie da delokalisiert oder dass schlussendlich die Elektronenwolke hier getauscht wird mit zwei Kernen, ja, das kennen Sie bereits, also wir hatten solche, diese Art der Bindung ist zum Beispiel für Fluor, für Chlor, also F2-Molekül oder Cl2-Molekül oder auch O2-Molekül, also da haben wir die gleiche Elektronegativität, aber eben unter, die gleiche Elektronegativität genau und eine typische kovalente Bindung. Weitere kovalente Bindungen kennen Sie wie zum Beispiel Ethan, also wenn wir Sie jetzt mal hier einfach so Ethan anschauen, dann sieht das Ganze ja so aus, CH3, CH3 und hier haben wir schlussendlich zwei Bindungspartner mit der gleichen Elektronegativität, Kohlenstoff, Kohlenstoff und das wäre zum Beispiel jetzt hier auch so eine Bindung. Wir haben allerdings auch nicht nur komplett komplett kovalente Bindungen, sondern zum Beispiel über das Hypochlorid hatten wir ja schon gesprochen und wenn wir uns das Hypochlorid mal anschauen, dann stellen wir fest, wir können auch eine kovalente Bindung zwischen einem Sauerstoff und einem Chloratom hier schlussendlich so formulieren, das ist das Hypochlorid-Teilchen wie gesagt und hier wäre es in dem Fall so, dass die Bindung leicht polarisiert ist. Sie sehen hier auch die Bezeichnung da oben auf der Titelfolie da, idealtypische Bindungsarten, das impliziert also, es gibt nicht nur diese idealtypische, sondern es gibt manchmal auch irgendwie was dazwischen, also die Ionenbindung wäre hier in dem Fall, dass es tatsächlich komplett getrennt ist, also dass die Elektronen nicht interagieren zwischen den zwei Kernen. werden wir uns jetzt hier gleich bei Natriumchlorid anschauen und genau, aber es gibt halt eben neben diesen komplett kovalenten und neben diesen komplett ionischen Bindungen gibt es natürlich auch jede Menge Zwischenbindungscharakter. Dazwischen ist natürlich auch nochmal, wie zum Beispiel so eine Hypochlorid-Bindung, die da deutlich polarisierter ist, weil wir, wie schon gesagt haben, Sauerstoff eine höhere Elektronegativität hat im Vergleich zu Chlor und damit die Bindung gewissermaßen polarisiert ist. Weiterhin haben wir dann die metallische Bindung, da werden wir auch noch zu sprechen kommen, wie man sich das genau vorzustellen hat und schlussendlich, wie gesagt, das sind jetzt schon alles auf eine gewisse Art und Weise Modelle, weil diese Bindung, diese Elektronenwolken selber, die kann man eigentlich nicht wirklich experimentell greifbar machen, sehen kann man sie schon gar nicht. Es gibt ein paar Experimente, womit man, also gerade vielleicht Elektronen- oder vielleicht Neutronenbeugung, womit man das vielleicht indirekt irgendwie sichtbar machen kann, aber de facto ist es eigentlich so, dass man Folgeexperimente macht, was ich damit meine, werden wir jetzt gleich sehen, und darauf basierend dann zu solchen Vorstellungen kommt. Also es ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, ja, es ist jetzt so, sondern es gibt halt einfach ziemlich viele Folgeexperimente, die man dann macht und irgendwie muss man dann die Welt oder die Experimente, die man da beobachtet, erklären und das sind die entsprechenden Modelle, diese Bindungsarten, die Sie hier dann schlussendlich sehen, zu denen man gekommen ist. Okay, dann ein wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang ist natürlich, also die, nach Lewis, auch ein Physikochemiker, ein amerikanischer Physikochemiker, der das, die sogenannten Lewis-Schreibweisen entwickelt hat und auch den Begriff der Valenz geprägt hat. Das werden wir uns jetzt anschauen, was es damit auf sich hat. Im Endeffekt habe ich eigentlich davon schon genutzt, also diese Schreibweisen, die Sie hier sehen, zum Beispiel hier für Ethan oder für das Hypokloretanion, das sind schlussendlich Lewis-Schreibweisen, die gehen auf diese Elektronentheorie der Valenz von Lewis zurück. Und was hat er jetzt, Entschuldigung, was ist ihm jetzt schlussendlich aufgefallen? Ihm ist aufgefallen, dass nämlich solche Bindungen dann zustande kommen, vor allem, wenn Atome sich so anordnen können, dass eine, zumindest lokal gesehen, eine Edelgaskonfiguration folgen kann. Ja, also dass dann schlussendlich hier ein Rumpf, also wenn Sie sich jetzt hier sowohl, können Sie ja mal hier zum Spaß mal machen, wenn Sie sowohl hier beim Hypoklored als auch zum Beispiel jetzt hier beim, beim, beim Ethan, wenn Sie da mal richtig die Elektronen zählen, das werden wir noch in den folgenden Stunden noch zu Genüge tun, dann werden Sie feststellen, dass Sie lokal eine sogenannte Edelgaskonfiguration haben, also wenn, je nachdem, wie Sie die Elektronen verteilen, und dass dann folglich besonders stabile Moleküle oder besonders stabile Anordnungen folgen. Das ist ihm halt aufgefallen und daraufhin basierend hat er dann sowohl die Edelgaskonfiguration als aber vor allem die Oktettregel eingeführt. Also die Oktettregel, mit der man dann besonders stabile Moleküle beziehungsweise Umgebungen von, oder Anordnungen von Atomen vorhersagen kann, ja, was dann alles zugänglich sein müsste oder im Umkehrschluss, man könnte auch Anordnungen vorhersagen, die auch sehr instabil wären, also die sich leicht oxidieren ließen oder leicht reduzieren ließen, wenn man dann entsprechend halt diese Oktettregel erfüllt, ja, also es müsste dann, damit es was halbwegs stabiles ist, müsste die Umgebung immer diese Elektronenkonfiguration S2P6 aufweisen. Genau, das war in erster Linie mal eine Hypothese, hat sich aber bis heute bewahrheitet und wird tatsächlich auch im Alltag sehr häufig genutzt. Okay, was meint man jetzt damit? Ich glaube, lassen wir mal ganz, okay, das ist die nächste Folie, machen wir das Experiment. Also, wir meinen jetzt damit zum Beispiel, wenn wir uns solche Valenzstrichformeln zeichnen, dann, also wir hatten ja bereits, das will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt an der Tafel, ich nehme mal, nein, das mache ich nicht an der Tafel. Wir haben uns ja bereits angeschaut, gerade so ein Natriumatom, ja, ein elementares Natrium, das hat ja in einem S-Orbital ein Elektron und das, wenn man das jetzt hier symbolisiert mit einem Punkt, dann würde das hier so aussehen. Während das Fluoratom haben wir ja auch gestern in der Übung gesehen, das hat die Elektronenkonfiguration S2P5, ja, und S2P5, das schreibe ich vielleicht tatsächlich mal auf, also das hat eine S2P5 und Natrium hat die Valenzelektronen, also das sind jeweils die Valenzelektronen, S1. So, und wenn die sich jetzt solche Verbindungen zusammentun sollten oder irgendwie in irgendeiner Form zu einem stabileren Zustand oder zu einem Energieminimum reagieren sollten, dann gemäß der Regel oder beziehungsweise dieser Beobachtung nach Lewis, diese Octet-Regel, die er hier aufgestellt hat, müsste es eigentlich möglicherweise diese S2P6 und wie könnte diese S2P6 aufgebaut werden, indem man zum Beispiel von dem Natrium ein Elektron aufnimmt, dann hätte das Fluor würde dann zum Fluorid reduziert werden und es hätte eine S2P6 Konfiguration. Was dann schlussendlich werden wir sehen, dann auch hier passiert. Ja, die Tatsache, ich nehme mal an, das dürfte Ihnen allen bekannt sein, also ob Sie jetzt hier zwei solche Pünktchen hinmalen oder einen Strich, das ist, denke ich mal, allen bekannt eigentlich. Das ist im Endeffekt ein Strich, es sind halt einfach zwei Elektronen, genau, aber das wird in der Folie hier nochmal hervorgehoben. Okay, genau, und das, was wir Ihnen jetzt zeigen, wir fangen jetzt mal an, genau, also wir fangen, wir zeigen Ihnen jetzt hier einmal ein Experiment, ich bitte Sie, da nicht direkt reinzuschauen, wir haben hier in dem Fall ein Magnesiumband und dieses Magnesiumband, das zünden wir an, bitte schauen Sie da nicht direkt rein, sonst werden Sie blind, schauen Sie irgendwo ein bisschen nebendran, und dieses Magnesiumband, das leuchtet, oder das, nachdem wir das angezündet haben, leuchtet es ziemlich hell, Abzug ist an, ja, alles klar, also das leuchtet jetzt ziemlich hell und wir, wenn wir uns jetzt mal hier anschauen, die Reaktion, das, ich weiß nicht, vielleicht, falls Sie irgendwie Taucher sind oder Taucher in Ihrer Familie haben, das wird ja ganz gerne auch mal unter Wasser verwendet, weil das ja auch, Magnesium brennt auch unter Wasser übrigens, vielleicht kennen Sie das oder vielleicht schon mal gesehen, wenn Sie nämlich ein Magnesiumband anzünden und auch unter Wasser halten, dann brennt es weiter, also sprich, es hat eine Tendenz oder einen Bedarf, auch den Sauerstoff aus dem Wasser sogar zu entziehen, ja, und die Reaktionsgleichung, die sieht folgendermaßen aus, wir hatten jetzt hier das Magnesiumband, das handelt sich also um elementares Magnesium und wenn wir das Ganze mit Sauerstoff anzünden, dann entsteht einfach gemäß der Stechiometrie MgO, ja, und wenn wir das hier noch ausgleichen, dann brauchen wir nur einen halben Sauerstoff, ja, dann, das nennt sich nämlich auch Magnesia, das benutzen nämlich Toner, um, ja, schwitzigen Händen vorzubeugen, damit sie da auf den Barren entsprechend nicht ausrutschen. So, das haben wir jetzt bereits hier gemacht und jetzt zeigen wir Ihnen was anderes, jetzt stellen wir Kochsalz auf eine sehr teure und sehr akademische, wissenschaftliche Art und Weise her und zwar haben wir das, was wir in letzter Woche schon hatten, wir haben jetzt hier so Natrium-Nuggets, das Natrium wird dann jetzt aktuell hier wieder leicht geschnitten, damit wir eine frische Oberfläche schaffen, also wir haben jetzt hier in dem Fall Natrium und dieses Natrium, ja, so ein kleiner, ein kleiner Boppel, sage ich jetzt mal, so ein, ähm, das hat ja vielleicht nicht mal einen Zentimeter Kantenlänge oder so, so ein kleiner, der wird auf so einem Schiffchen, auf so einem Porzellanschiffchen, wird er jetzt in so ein Glasrohr, wir haben hier ein Glasrohr, der wird hier eingeführt und unter diesem Glasrohr haben wir hier einen Bunsenbrenner, also Bunsenbrenner, Glasrohr, in dem Glasrohr haben wir ein Porzellanschiffchen und auf dem Porzellanschiffchen haben wir ein Natriumbrocken, ja, ein Stück elementares Natrium. So, und jetzt dieses Glasrohr, das können wir verschließen und wir haben an diesem Glasrohr haben wir hier eine Chlorflasche, CL2. Wir haben hier Chlorgas und jetzt drehen wir die Chlorflasche leicht auf, wir fluten also, Sie sehen hier, es blubbert entsprechend durch die Waschflasche, wir haben hier eine Schwefelsäure haben wir hier drin, das tut schlussendlich nicht zur Sache, das soll eigentlich nur, glaube ich, das Wasser entfernen, aber auf jeden Fall, indem wir hier dann das Chlorgas einleiten, Sie sehen, es wird hier auch schon deutlich gelber und auch hier wird es gelber, wir leiten also langsam Chlorgas hier ein, wir können sehen auch, das hat einen weiteren Effekt, wir können nämlich tatsächlich beobachten, wie viel Gas wir, also zumindest qualitativ sehen, wie viel Chlorgas, es wird hier immer gelblicher, wie Sie hier sehen, dass wir das hier einleiten und so langsam kann man es hier auch am Rohr, am Glasrohr sehen, wir haben hier immer mehr Chlorgas, was dann hier eingeleitet wird. So, nachdem wir jetzt hier eine gewisse Menge an Chlorgas drin haben, braucht noch ein bisschen, ja, okay, also es wird immer, ich hoffe, man kann es auch von da oben sehen, aber das Glas wird, also das Rohr wird immer intensiver gelber, das heißt, es lagert sich immer mehr Chlorgas da an, also es ist jetzt mehr oder weniger komplett geflutet, also es dürfte eigentlich zumindest vom Atmosphären oder vom Druck her komplett voll sein. Jetzt haben wir hier angezündet mit einem Bunsenbrenner, wir gehen da mit der blauen rauschenden, also die maximale Temperatur, die der Bunsenbrenner zur Verfügung stellen kann, gehen wir da jetzt ran. und wir erhitzen, wir geben dem System jetzt eine Aktivierungsenergie, Sie sehen nämlich, ohne die Flamme ist jetzt erstmal nichts passiert, aber sobald wir das anzünden, erwarten wir jetzt eine Reaktion, Sie sehen, es fängt jetzt an zu glühen, das Schwarze, was da entstanden ist, ich glaube beim nächsten Mal, Kascha, das habe ich schon wieder vergessen zu sagen, ich glaube beim nächsten Mal nehmen wir ein bisschen Petroläder oder so, oder vielleicht Aceton, vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht irgendwas leichter Flüchtigeres, damit es nicht so, mach mal später, mach mal später, das ist schwarz. Also auf jeden Fall, Sie sehen jetzt hier, es gibt jetzt offenbar hier auch eine Exo, oder ja, schlussendlich schon auch, es ist eine exotherme Reaktion, aber wir müssten hier erstmal Energie zuführen, das brennt jetzt vor sich hin, das Rohr hat die Temperatur zum Glück ausgehalten, jetzt warten wir kurz, genau, und wenn das stimmt, was wir erwarten, dann müssten wir, wenn auch auf relativ nerdige Art und Weise, Natriumchlorid hergestellt haben, sprich Kochsalz, ja, also, natürlich, so macht man das nicht, sondern man baut es einfach ab, oder man, aber wir wollen Ihnen zeigen, das geht grundsätzlich tatsächlich auch aus den Elementen, wenn man das Ganze natürlich hier ausgleichen will, könnte man hier eine halbe dazu schreiben, oder ich gleiche das so aus, dass ich hier eine 2, und hier auch noch eine 2 hinmache, und die Tatsache, dass wir, wenn es geklappt hat, hoffentlich tatsächlich Ihnen zeigen können, dass es Natriumchlorid ist, da haben wir jetzt noch ein weiteres Experiment hier vorbereitet, wir werden jetzt, sobald sich das abgekühlt hat, werden wir das Schiffchen hier halten, das Schiffchen gleich hier rausholen, aber da müssen wir jetzt natürlich warten, damit wir uns, bis es jetzt ein bisschen abkühlt, damit wir uns A nicht verbrennen, aber vor allem, wenn wir das jetzt gleich in Wasser reinlegen, das hat überhaupt nicht gerochen, das ist gut, das hat dieses Mal überhaupt nicht, also Chlor ist, ja, ist gut, ist gut, alles klar. So, jetzt nehmen wir das Schiffchen raus, das lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen, ja. Okay, Sie können sich das auch nachher mal anschauen, also man sieht jetzt im Endeffekt aus dem Natriumnugget ist einfach nur ein weißer Feststoff schlussendlich geworden, ich sage einfach mal voraus, das ist Natriumchlorid oder ein farbloser Feststoff, würde der Chemiker eigentlich korrekterweise sagen, weiß ist etwas verpönt zu sagen, man sagt farblos in dem Fall. So, und aus dem Magnesiumoxid, was wir hergestellt haben, ja, das ist auch die Reaktionsgleichung des Produkts auf der rechten Tafelseite, da haben wir jetzt hier ein weiteres Experiment vorbereitet, und zwar haben wir hier demineralisiertes Wasser, also im Endeffekt einfach nur ja, ziemlich reines Wasser, ohne irgendwelche Ionen, und wir können jetzt hier eine Brücke oder beziehungsweise einen Kontakt, schlussendlich haben wir hier ein Stromgerät, und dieses Stromgerät hat dann hier, wie Sie sie hier sehen, über zwei, über diese Brücke hier, kann es dann nur leiten, den Strom leiten, wenn entsprechend die Lösung leitend ist. Und das, was Sie hier sehen, wenn wir das hier eintauchen, dann sehen Sie, das demineralisierte Wasser bringt die Glühbirne nicht zum Leuchten. Natürlich könnte die Glühbirne auch defekt sein, aber wir werden uns jetzt mal hier anschauen, was jetzt hier schlussendlich passiert, also mit dem demineralisierten Wasser konnten wir schlussendlich, wie Sie gesehen haben, die Lampe nicht zum Leuchten bringen. Jetzt machen wir Magnesiumoxid einfach mal rein, wir rühren das Ganze auch ein wenig, damit wir eine, wenn auch halbwegs homogene, natürlich ist es ein heterogenes Gemisch, wie wir gelernt haben, aber wir sehen jetzt, wir schalten jetzt wieder auf, wo sind wir, 50, sind das 50 Volt oder was? Nein, es sind 10, 12, 12 Volt sind wir ungefähr, 15 Volt. Sie sehen, das Lämpchen leuchtet immer noch nicht, obwohl wir Magnesiumoxid hinzugegeben haben. Und jetzt versuchen wir das Ganze mal mit dem Natriumchlorid zu wiederholen. Wir nehmen jetzt ein frisches Becherglas, wieder mit demineralisierten Wasser, halten dann wieder die Brücke rein, rühren erstmal, damit man das Ganze entsprechend in Wasser löst. Und wenn wir jetzt die Brücke, den Stromkontakt schließen, dann sehen Sie, die Glühbirne leuchtet. Warum? Weil sich entsprechend Natriumchlorid gelöst hat. Kasia, vielen Dank. Und damit bis Montag. Ciao. Ciao. Vielen Dank.